Ich bin hier gerade mit meiner Teja und meiner Beju beim Spaziergang unterwegs und ich möchte dir jetzt drei Gründe nennen, warum dein Spaziergang eventuell nicht so ganz harmonisch abläuft. Vielleicht kennst du das, du kommst total gestresst von der Arbeit nach Hause, schnappst dir die Leine, schnappst dir den Hund und dann geht's raus zum Spaziergang. Dein Hund fängt an zu ziehen, dein Hund pöbelt andere Runde an und du bist völlig überfordert. Der Spaziergang macht dir einfach keinen Spaß mehr. Woran liegt es? Es liegt an deiner eigenen Unausgeglichenheit. Wenn du also schon die ganze Zeit Stress hast und gehst damit in den Spaziergang, dann überträgt sich das natürlich ungefiltert auf deinen Hund. Du brauchst die Souveränität. Aber wie wird man souverän? Indem man Wiederholungen einbaut in seinen Tagesablauf. Denn nur wenn du etwas wiederholst, lernst du souveräner zu werden. Und wenn du souverän bist, dann kannst du das mit auf deinen Spaziergang nehmen, mit in deine Beziehung zu deinem Hund einbauen. Dein Hund wünscht sich übrigens einen souveränen und ausgeglichenen Partner an seiner Seite, weil wenn ein Hund spürt, dass du gestresst bist, dass du genervt bist, dass du eigentlich gar keine Lust hast, spazieren zu gehen, aber es nur machst, um dem Hund eingefallen zu tun, dann wird der Hund Verhaltensweisen aufzeigen, die dir nicht gefallen. Also dein Hund ruft nach Klarheit. Er ruft nach Klarheit und Führung. Und die kannst du ihm nur geben, wenn du mit dir wirklich richtig klar bist. Du brauchst die Ausgeglichenheit in dir und die sollte sich dann im besten Fall ungefiltert auf deinen Hund übertragen. Wenn du stressige Leinbegegnungen hast, dann braucht dein Hund dich, denn du führst ihn durch diese Begegnungen. Wenn das nicht wirklich gut klappt, dann darfst du bei dir anfangen, in die Veränderung zu gehen. Denn erst wenn du dich veränderst, wird dein Hund spüren, dass du keinen Stress und keine Angst mehr hast mit diesen Begegnungen. Dein Hund wird aufhören zu pöbeln, weil er spürt, dass du Lust hast, souverän und sicher durch diese Situation zu gehen. Aber wie schaffst du das? Du brauchst die Balance. Und die Balance stellst du her, indem du dich ein Stück weit neu beleuchtest und neu in die Beziehung mit dir selber gehst. Dafür braucht man Klarheit. Klarheit bekommt man, wenn du dich klar aufstellst. Also Körpersprache ist ein ganz wichtiges Signal, was du deinen Hunden zeigst. Also Hund Nummer 1 ist die fehlende Souveränität. Und wenn du die nicht hast, ja dann wundere dich nicht, wenn dein Hund nicht souverän ist. Kennst du das? Du textest deinen Hund fortlaufend zu. Mir passiert das auch schon mal, dass ich mit meinen Hunden rede. Man darf es eben nur nicht übertreiben, denn wenn du zu viel mit deinem Hund sprichst, dann nutzt sich die Sprache ein Stück weit ab. Und auf eurem gemeinsamen Weg achtet der Hund dann nicht mehr auf kleine Signale. Und die sind enorm wichtig. Ich zeig's euch mal bei der Teja. Ich habe jetzt die volle Aufmerksamkeit von dem Hund über ein kleines Signal, nämlich über ein... Seid nicht enttäuscht, wenn es nicht immer beim ersten Mal klappt. Das ist eben der Prozess, den ihr braucht, damit ihr mit eurem Hund gemeinsam diese Signale aufbaut. Wenn ihr ungeduldig seid und ihr euren Hund ansprecht, auch mit dem Namen, und er nicht sofort reagiert und ihr nennt den Namen zwei, drei, vier, fünf Mal, dann wird der Hund lernen, ach, mein Mensch ruft mich eh fünf oder sechs Mal und dann kommt er im besten Fall noch zu mir und holt mich ab. Der Hund wird lernen, die Stimme des Menschen nutzt sich ab und der Hund braucht nicht mehr auf die kleinen Signale zu achten. Ein Signal der Ruhe ist auch ganz wichtig. Das mache ich mit Teja sehr oft. Auch zu Hause gehe ich mit ihr in die Ruhe. Das Wort Ruhe könnt ihr einsetzen. Ihr könnt aber auch ein... Ihr lehnt euch an, schließt selber die Augen und sagt dem Hund Ruhe. Das dieses Signal könnte die Verbundenheit herstellen. Der Hund wird dann lernen, Ach, okay, wenn es Stresssituationen gibt und mein Mensch bringt mich in die Ruhe, dann kann ich mich daran orientieren. Der Spaziergang dient nicht immer nur dazu, dass man mit seinem Hund ganz schnell bestimmte Kilometer abreißt, sondern rausen und die Beziehung aufbauen ist genauso wichtig. Also, der zweite Punkt. Setzt bitte kleine Signale und textet euren Hund nicht zu. Denn so bekommt ihr viel mehr Beziehung zwischen euch und eurem Hund hin. Grenzen und Freiheiten Ich finde, es gibt ganz viele Hunde in unserer Gesellschaft, die ganz viele Freiheiten haben und keine Grenzen mehr akzeptieren. Ich finde es enorm wichtig, dass Hunde darauf reagieren, wenn wir ihnen Grenzen setzen. Zum Beispiel stehe ich jetzt hier mit der Beijo und mit der Teja. Und jetzt ist hier ganz klar die Grenze. Und die Grenze heißt, dass die Hunde sich gerne hinsetzen können, hinlegen können, stehen bleiben können. Nur wenn ich hier stehe und mich vielleicht mit jemandem unterhalte oder wenn ich einfach nur die Natur genießen möchte, dass der Hund dann wartet. Mir ist es egal, ob er sitzt, steht oder liegt. Tomios kann auch Purzelbäume schlagen. Was ich will, ist, dass er die Grenze einhält. Und nur wenn er die Grenze einhält, dann kann ich ihm auch mehr Freiheiten gewähren. Vielleicht kennt ihr das. Ihr lasst euren Hund von der Leine. Er läuft 50 Meter, 60 Meter voraus. Ihr ruft ihn. Und was passiert? Er kommt nicht. Ihr ruft ihn nochmal. Er kommt nicht. Und immer wieder und immer wieder. Und was macht das mit euch? Es stresst euch. Ja, ihr habt dann Stress und schickt mit diesem Stress den Namen eures Hundes zum Hund. Und der dreht sich irgendwann rum und sagt, oh, jetzt ist mein Mensch auch noch sauer. Jetzt gibt es gar keinen Grund mehr für mich, zu ihm zu laufen. Schaut mal, die zwei jetzt hier. Sie werden so ein bisschen ungeduldig, weil wir jetzt hier stehen. Und jetzt fangen sie an, rumzualbern. Psst. Ich setze ein Signal. Das habe ich euch eben als zweiten Punkt genannt. Dieses Signal bedeutet, hey, aufhören, Pause einhalten, Grenze akzeptieren, damit ihr anschließend auch die Freiheiten leben könnt. Wenn ihr also mit eurem Hund draußen unterwegs seid und ihr habt ihn gerufen und er kommt nicht sofort, seid nicht enttäuscht. Das braucht alles seine Zeit. Das ist eben ein Prozess. Und wenn euer Hund sich zu viele Freiheiten rausnimmt, dann grenzt ihn bitte ein. Ich zeige euch das jetzt nochmal hier am Beispiel von Teja. Achtung, ich gehe jetzt mal los. Und jetzt, psst. Grenze setzen. Chakka. Vesu kennt diese Grenze auch, ne? Rankommen. Grenze setzen. Achtung. Psst. Sie kennt dieses Signal. Sie kennt die Hand. Sie kennt das Schnippen. Sie kennt das Zischen. Und das wende ich bei meinen Hunden an. Viel braucht man nicht dazu. Es ist egal, ob ihr eurem Hund sagt, Sitz oder Platz oder bei Fuß. Wichtig ist, dass er eine Beziehung zu euch hat. Und dass er auch akzeptiert, dass ihr ihm Grenzen setzt. Also, wer seinem Hund Freiheiten geben möchte, der muss auch Grenzen setzen. Das ist der dritte wichtige Punkt. Und jetzt lasse ich die beiden mal freilaufen und mal schauen, wie gut mein Abrufen denn heute klappt. Kennt ihr das auch? Ihr leint euren Hund ab und dann sagt ihr, los, dann lauf und dann läuft der Hund. Und dann wundert ihr euch, dass er jedes Mal, wenn ihr ihn ablehnt, er sofort einen Abflug macht und sich irgendwelche anderen Sachen sucht, die interessant sind. Euer Hund sollte sich an euch orientieren. Meine Hunde bleiben bei mir. Das finde ich schön. Das ist sehr entspannt. Bisou. Super, meine Maus. Äh. Super, meine Schätzchen. Das macht ihr ganz toll. Jetzt nicht zu viel reden. Ne? Nicht? Ja, das macht ihr ganz toll. Das war super, mein Bischof. Du bist die Beste. Das war so toll. Und dann noch durchwuscheln. Ne? Also, übertreibt es nicht. Schaut mal, wie stolz sie ist, dass sie hört. Sie ist ja noch eine kleine Lady. Sie muss noch ganz viel lernen. Aber sie ist so glücklich. Also, ein Hund ist glücklich, wenn er etwas richtig macht. Und dementsprechend schaut er euch dann auch an und achtet darauf, wo ihr hingeht. Merkt euch das bitte. Ja, wenn euer Hund da, sie schaut immer wieder, schaut sie, wo ich bin. Ich schaue nicht, wo Bijou ist, sondern Bijou schaut, wo ich bin. Ja, mein Schatz, du machst das so toll. Es gibt nichts Schöneres als die Beziehung zu sich und zu seinem Hund, oder? Also, denk dran. Nichts kommt von jetzt auf gleich. Alles braucht seinen Prozess. Auch die Liebe zu seinem Hund. Bijou, komm.